ich habe hier den weihnachtsmann auf dem wasen getroffen der sagt jetzt welchen kanal man abonnieren soll oder zeigt es ein bisschen höher director of corona reset auf telegramm vielen dank weihnachtsmann aber sehr gerne so wir sind hier noch auf dem wasen kurz vor dem autokorso und ich habe die ronja getroffen und sie hat hier so ein plakat was steht denn da drauf mit abstand besser telegramm der kanal von director of corona reset wird hier beworben geht alle drauf und informiert euch macht fernseher ard zdf und als all die mainstreammedien aus und wählt telegramm da erfahrt ihr die wahrheit vielen dank ronja also wir sind hier auf dem kannstatter wasen bei den wetterverhältnissen heute sollte man vielleicht wirklich mal abstand halten und dann auf telegramm den kanal director of corona reset abonnieren habt ihr den schon den haben wir schon ja dankeschön also dann viel spaß und abstand abonniere ich mich mal 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 abonniere